Aus der Asche steigen große Kriege empor, kämpfen sich vor, bis sie ihr Ziel erreichen. Viele Gefahren lauen auf diesem Weg, doch Angst verspürt er nicht. Auch wenn die Situation aussichtslos erscheint, kämpft er weiter. Und steht am Ende als Sieger da. Manchmal sind Fehlschläge aber nicht zu vermeiden. Aus der Asche wieder aufzustehen und zu kämpfen, das ist wahre Stärke. Oh, no! Moin Freunde, GameFlo hier und leider wurde mir ein Strich durch die Rechnung gemacht beim Erreichen des Mutterschiffs. Die Server haben gesagt, nee Flo, wir schmeißen dich raus. Ich hatte jetzt nur noch 60 Punkte gebraucht bis zum Mutterschiff und ich hätte auch nur noch diese Flagge einnehmen müssen. Und naja, so soll es sein. Ich hoffe, euch hat mal diese andere Art von Video gefallen und ich sehe euch im nächsten Video wieder. Also Leute, haut rein und Peace out!